Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Zahlen, Daten und Fakten Update. Unfassbar, was ist da bitte wieder für ein Crash passiert heute Nacht? Gestern Abend glaube ich noch bei 62.05 oder so, heute Morgen mache ich auf 57.000, Wahnsinn. Ja Freunde, was ist da los am Markt? Ist der Bärenmarkt wieder eingekehrt? War das nur eine Bullenfalle und alles wird sich jetzt wieder zum Negativen wenden und wir müssen wieder jahrelang warten? Oder ist es vielleicht nur die Korrektur, auf die wir lange warten, nur dass sie eben doch etwas länger und etwas üppiger ausfällt als erhofft? Außerdem sehr überraschend, dass XRP einigermaßen dagegen gehalten hat. Auch den Chart werden wir uns einmal kurz anschauen und ich habe heute ein paar News, wobei man sagen muss, die letzten Tage waren ziemlich ruhig und wir haben ja auch schon einiges aufgearbeitet. Alles in allem freue ich mich aber, dass du heute eingeschalten hast und auch einen schönen Feiertag für dich und deine Liebsten. Mach es dir am besten einfach gemütlich, lassen wir uns nicht ärgern von den Kursen, denn es wird, so viel kann ich schon mal spoilern, wieder deutlich bessere Zeiten geben und lange lässt es statistisch gesehen auch nicht auf sich warten. Ja Freunde, wie schon eben angesprochen, Bitcoin war 57.000, 13% oder knapp 14% der Minus, allein in den letzten 24 Stunden waren es eben noch knapp 10%. Ja, sieht richtig übel aus, vor allem wenn man ins Portfolio schaut, viele Altcoins, noch mehr geblutet und alles in allem macht es einfach momentan keinen Spaß. Es ist aber so wie es ist, wir müssen den Markt so nehmen. Ich habe offen gesagt auch damit gerechnet, dass wir deutlich schneller wieder nach oben fahren und eben dieses Sell the News Event, dieser Drop nach dem Halving schon durch wäre. Leider Pustekuchen, aber wir hatten ja zwei Szenarien in den Ausgaben zuvor, das eine war relativ bullish, die andere Perspektive war eher bearish. Ich hätte euch gesagt, dass es zwei Unterstützungen gibt, ich hätte offen gesagt gerade jetzt in Richtung Neumond, also beim Vollmond Richtung Neumond in dieser Phase nicht erwartet, dass wir das hier nochmal unterbieten. Dennoch können die Mondphasen trotzdem sinnvoll ausspielen, was allerdings bedeuten würde, dass wir zu diesem Neumond bereits einen tieferen Punkt haben als beim Vollmond zuvor, also ein Drop, aber das eben noch nicht das Ende ist und wir danach einen noch größeren Drops in Richtung Vollmond. Also das wäre jetzt so das Worst-Case-Szenario, habe ich mal eingezeichnet. Das war jetzt quasi der erste Versuch, hier gibt es einiges an Unterstützung und dann gibt es eben eigentlich hier in diesem Bereich sehr wenig, wenn ihr mal schaut. Hier gab es etwas mehr zuletzt, aber relativ wenig. Der nächste größere Support, den sehe ich hier. Außerdem würden wir dann nochmal den Moving Average testen und ja, was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre, dass wir eventuell etwas zeitweise, jetzt vielleicht nochmal den roten Moving Average testen, irgendwann diesen Bereich hier, diesen Moving Average berühren. Alles an einem auf jeden Fall nicht besonders motivierend, gerade wenn ihr vielleicht in diesem Bereich eingestiegen seid und eigentlich nur auf die 100.000 gewartet habt. Auf der anderen Seite gibt es ein bisschen was zum Hoffen. Zum einen sind wir beim 4-Greed-Index jetzt bei einem Pferd von 54, was das Ganze wieder deutlich ausgeglichener gestaltet und diese Gier ist verschwunden vom Markt und wir sehen auch hier, dass wir wieder ordentlich korrigiert sind. Was gut ist, ich habe mal geschaut, so im Bereich um die 40, wenn ihr hier mal schaut, 40, um die 40 war meistens so der Wendepunkt. Gut, wir sind jetzt schon bei 54, also viel tiefer, denke ich, wird es nicht gehen, bevor dann zumindest mal wieder ein Wendepunkt kommt und auch eine Beruhigung ist das hier. Ich mache es mal ein bisschen größer, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die schwarze Linie ist immer das Halving und bei diesem Halving hier sieht man eigentlich keine Korrektur. Es gab eine Seitwärtsbewegung zuvor, noch einen ordentlichen Anstieg, FOMO rein, ja, ihr seht es hier, hier ging die FOMO los, dann Seitwärtsbewegung und dann ging es richtig ab. Aber motivierenderweise habe ich jetzt eben nochmal die anderen beiden Halvings vor euch unter die Lupe genommen. Dieses Halving sah so ähnlich aus wie das jetzige. Wir hatten kurz vor dem Halving einen leichten Drop und danach jetzt einen noch kräftigeren Drop. Es sieht so ähnlich aus wie hier. Danach ging es aber schnurstracks bergauf und hier war der 365 Tage oder die 365 Tage danach fast mit 300% belohnt worden. Also hat sich das Durchhalten ausgezahlt und auch hier, nicht ganz so krass, sieht man aber hier eine kleine Rally bis hin zum Halving. Dann hat es ja den News Event, wieder ein Anstieg, weiterer Drop, Seitwärtsbewegung und dann ging es halt richtig los. Ihr seht aber immer wieder, gab es Rücksetzer und dann irgendwann eben die Parabolik. Ja, so ähnlich kann ich mir das jetzt auch vorstellen, dass jetzt eben nochmal ein kurzer Drop, der dann vielleicht nochmal in den 4-Grid-Index-Bereich um die 40 geht und danach sehen wir dann die Wende. Gerade so im Sommer wissen wir ganz generell, ist das Trading eher etwas verhaltener. Ich gehe davon aus, dass wir bis dahin vielleicht nochmal den Tiefpunkt gesehen haben. Mag jetzt aus dem Bauch heraus vielleicht irgendwas sein zwischen der jetzigen 57.000 und irgendwas um die 46.000. Schwierig vorherzusagen, denn wenn man es mal ganz, ganz genau nimmt, hat Bitcoin eigentlich erst vom letzten Hoch etwa 20% verloren. Und das nach dieser brutalen Rally, wenn wir hier mal schauen, von Januar 2023 bis hierhin waren wir bei 350%. Also alles in allem, trotzdem es wehtut und die Alzer natürlich noch mehr bluten, ist es eigentlich hier noch auszuhalten. Schauen wir mal. Ja, schauen wir auch direkt mal in den XRP-Chart, da habe ich euch mal eingezeichnet. Hier, wir haben mit diesem Drop jetzt einigermaßen, einigermaßen besser performt als der Rest da draußen. Ja, wenn wir mal schauen, XRP hat jetzt momentan, glaube ich, nur 3% verloren. Ja, 3% in den letzten 24 Stunden. Damit ist man zumindest, was vorne die Coins betrifft, mit Cardano so ein bisschen anführend, die sich ein bisschen dagegen wehren. Aber wir wissen, es kann auch ganz schnell gehen, dass dann auch da der Boden fällt. Kurzer Hinweis, Freunde. Gestern ist das neue Patreon-Video online gekommen. Dieses Launchpad macht krasse Gains, denn trotz der aktuellen Bärenmarktphase, die wir erleben, gibt es durchaus einige Plattformen, die zumindest mittelfristig gute Perspektiven bieten. Und ich kann mir vorstellen, das Video ist sicherlich für den einen oder anderen von euch interessant. Heute, am 1. Mai, startet der neue Monat. Dementsprechend sind wieder einige Plätze frei. Ich würde mich freuen, wenn du mich bei Patreon unterstützt. Und wie immer findest du den Link dazu hier unten in der Videobeschreibung. Weiter geht's. Allerdings haben wir jetzt hier eine wichtige Zone. Wir hatten hier nochmal den richtig übelen Test vor einigen Tagen. Und jetzt haben wir hier wieder diesen Bereich. Ihr seht, hier gibt es einiges an Support. Und ich hoffe darauf, dass die 48-Cent-Marke hält. Sollte die 48-Cent-Marke fallen, wäre die nächste Support-Zone die 45-Cent-Marke. Sollte die fallen, behalten HKCM. Die hatten ja schon vor Wochen oder Monaten mal rausgehauen. XRP 31 Cent. Ich habe gesagt, nie und nimmer. Dann bin ich tatsächlich sogar nochmal offen für einen XRP-Kurs um die 30-Cent-Marke. Wenn wir die 45-Cent verlieren, glaube ich aber nicht. Manchmal sind wir ein bisschen zu bullish und manchmal kann man sich auch alles ein bisschen zu bearish auslegen. Lass die Korrektur jetzt einfach mal Korrektur sein. Wir haben heute einen Feiertag. Einige denken sich wahrscheinlich, Mensch, da habe ich nichts Besseres zu tun, als meine ganzen BTC auf den Markt zu kloppen. Sollen die Leute machen. Wir nutzen die Zeit einfach, um jeden Dip einigermaßen für die Akkumulation zu nutzen. Nachkaufen. Nicht so viel, sondern lieber in Etappen. Wer weiß, was morgen kommt. Aber auf jeden Fall ein bisschen nachlegen und sich damit ordentlich positionieren. Und sich eigentlich auch ein Stück weit darüber freuen, dass man bei dem ein oder anderen Projekt jetzt nochmal rein kann. Denn wenn wir mal schauen, wie einige Projekte gedroppt sind, wo ihr euch vor ein paar Wochen noch geärgert habt. Oh Mann, da wollte ich eigentlich rein. Hat man jetzt vielleicht nochmal eine gute zweite Chance. Bullisch würde es natürlich werden, sobald wir wieder im Dreieck sind. Also um die 55 Cent. Aber ja, gucken wir mal, wie der Markt sich verhält. Kommen wir zu den News. Binance-Gründer CZ wurde nun offiziell verurteilt. Allerdings nur zu vier Monaten statt drei Jahren. Und der Richter meinte auch noch so, dass er so viele Briefe bekommen hat von CZs Leuten, die alle meinten, wie toll er ist. Dass er sagte, ja, ist schon schwierig, dich zu verurteilen. Weil er sehe eine mildere Natur in CZ. Und ja, alles in allem wurde er jetzt eben verurteilt zu einer Mini-Strafe. Ja, es gab natürlich eine große Geldstrafe. 4,3 Milliarden Dollar für zivilrechtliche Vollzugsmaßnahmen. Was da alles drin ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wurde er für seine illegalen Aktivitäten und das Durchwinken von Geldwäsche und so weiter jetzt zu unfassbaren vier Monaten verurteilt. Wahrscheinlich sogar als Hausarrest. Ja, das steht hier nicht drin. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt in ein Gefängnis gehen muss für die vier Monate. Wahrscheinlich sogar auf Bewährung oder was auch immer. Aber dazu gibt es hier keine Details. Dafür gibt es einige Details zu diesem wirklich besorgniserregenden neuen Gesetz im United Kingdom. Denn dort haben sie nun beschlossen, dass die Behörden in der Lage sind, Kryptowährungen zu beschlagnahmen. Und das sogar ohne irgendeine Festnahme. Also wenn irgendwie die Vermutung da liegt, dass der irgendwelche illegalen Aktivitäten macht und versucht, sein Geld durch Kryptowährungen irgendwie zu waschen oder zu decken oder zu verstecken oder was auch immer. Dürfen die Aufzeichnungen mitnehmen, dürfen also irgendein Gebäudestürm-Razzia machen und dann irgendwie Aufzeichnungen mitnehmen mit Seed, Passwörtern, dürfen Hardware mitnehmen, Flashdiscs, alles mitnehmen, wenn sie wollen. Und dann eben versuchen, die Kryptowährungen für sich zu gewinnen. Das geht natürlich komplett in die falsche Richtung. Das ist eben auch dann die Schattenseite von Kryptos. Denn dadurch, dass man eben alles auf digitalen Wallets hat und durch die Seed, also den Schlüssel, jeder theoretisch ran kann und vor allem jeder deine Transaktion tracken kann, wenn er dich erstmal auf dem Kicker hat. Das ist dann natürlich der große Nachteil des Ganzen, diese Transparenz und diese Möglichkeit der Überwachung. Und das Schlimmste ist, ich meine UK hat jetzt angefangen, aber das Schlimmste ist, so wie ich Deutschland einschätze, werden die wahrscheinlich auch nicht länger auf sich warten lassen und ebenfalls irgendwie solche Gesetze durchboxen. Es gab ja zuletzt einige seltsame Gesetze, sei es, dass man irgendwie bei WhatsApp Mitschnitte machen kann oder irgendwelche Generalvollmachten hat, um alle Chatverläufe und so weiter zu lesen. Denn so kann ich mir gut vorstellen, dass in Deutschland hier auch zeitnah irgendwie sowas in der Art kommt. Wirklich beunruhigend. Ihr könnt mir ja dazu mal eure Gedanken in die Kommentare schreiben. Findet ihr das gut, dass man Kryptos von irgendwelchen möglichen Verbrechern nehmen kann? Vielleicht aber auch nur Leuten, die einfach nur im Verdacht stehen, obwohl sie gar nichts gemacht haben? Oder sagt ihr, das geht komplett in die falsche Richtung und da nehmen sich die Behörden einfach zu viel raus? Kurzes XRP-Update, denn viel gab es nicht. In Japan ist der Yen-Yen enorm unter die Räder gekommen in den letzten Tagen. Er konnte sich zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt am 1. Mai auch noch nicht so wirklich beruhigen. Es wirkt zwar auf den ersten Blick nur sehr wenig, aber wenn ihr euch überlegt, es geht hier um Devisen. Also es geht hier um Währungen eines großen Landes und dementsprechend, wenn da minimale Schwankungen sind im negativen Bereich, hat das unglaubliche Folgen für alle. Es geht abzuwarten, ob wir hier vielleicht einen Ausbruch sehen in den nächsten Tagen und einigermaßen zurückfinden oder ob das erste Anfang von weiteren Drops war. Nichtsdestotrotz gab es jetzt parallel aber auch positive Neuigkeiten aus Japan. Zumindest für alle, die es mit XRP halten, denn Brad hat rausgehauen. Japan und XRPL, also nicht Japan und Ripple, sondern Japan und der XRP Ledger. Weil ja immer wieder darüber geredet wird, Ripple hat die ganzen Partner. Und jetzt haben sie das erste Mal, soweit ich mich erinnere, einfach mal ganz genau nochmal den Deal zwischen XRPL hier dargestellt. Also ganz wichtig, es geht hier um XRP und was genau ist passiert. Also hier nochmal die Übersetzung für euch. Wir freuen uns, eine Partnerschaft zwischen Ripple, der Hashkey Group und der SBI Group bekannt zu geben. Die SBI ist ja schon Frühinvestor von Ripple und ganz ganz dicke mit denen. Von daher jetzt nicht so überraschend. Die haben ja auch gesagt, sie wollen bis 2025, dass überall in Japan XRP angewendet wird. Sie haben bekannt gegeben, dass die XRPL basierte Lösung beginnend mit Supply Chain Finance in die japanische Unternehmenslandschaft eingeführt wird. Erfahren Sie mehr darüber, ich werde euch das Ganze verlinken, wenn ihr möchtet. Oder das Ganze bei X teilen, dann könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen. Aber auf jeden Fall sehr positiv. Hier nochmal ein Artikel dazu. Die SBI Group wird das erste japanische Unternehmen sein, das den XRP Ledger und die Lösung für die Lieferketten einsetzt. Da Ripple die Anwendung von Blockchain-Lösungen für das Unternehmen Japan fördern möchte. Dem Ripple bekannt gegeben hat, dass es eine strategische Partnerschaft mit dem Beratungsunternehmen Hashkey DX geschlossen hat. Letztere wird XRPL-Lösungen auf dem japanischen Markt einführen, um Lösungen für die Lieferkettenfinanzierung in Japan zu entwickeln und einzuführen. Die Tools werden auf dem XRP Ledger aufgebaut. Und das sind doch auf jeden Fall mal Use Cases, die kommen. Ja, nicht nur CBDC, sondern auch Lieferketten-Tracking und weitere Geschäftsfelder können auch sehr interessant werden. Und das fand ich auf jeden Fall mal eine positive Neuigkeit. Auch wenn der Kurs wie so oft jetzt keine große Reaktion gezeigt hat, trotzdem alles in einem sehr gute Neuigkeiten, Freunde. Ja, am Feiertag mal eine kürzere Ausgabe. Ich bin selbst auch gleich ein bisschen unterwegs mit der Familie. Ich hoffe, ihr hattet einen Mehrwert. Ich hoffe, ihr könnt auch die Zeit heute gemütlich verbringen. Falls ihr gestern unterwegs wart, erholt euch gut. Falls ihr heute mit der Familie seid, genießt die Zeit. Genießt das schöne Wetter, falls bei euch auch die Sonne scheint. Ansonsten bin ich erstmal jetzt die nächsten Tage unterwegs auf Reisen. Wir werden uns wahrscheinlich Sonntag wiedersehen, wenn die Technik denn drüben funktioniert. Und dann bin ich sehr gespannt, euch aus Espania begrüßen zu dürfen. Euch jetzt erstmal eine schöne Zeit, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für euer Zuschauen. Bleibt mir gesund. Bis bald. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.